Unusual Memes, eigentlich immer ganz cooler Content. Eigentlich immer ganz lustig gewesen. Eigentlich. Try not to laugh. Dabei? Nicht lachen Challenge? Bei Unusual Memes, da werde ich nicht lachen. Sag ich. Aber können wir machen. Fünf Subs pro Lacher. Ich werde nicht lachen. Sag ich. Es zählt nur richtiges Lachen. Kein Grinsen, ja? Äh. Pssst. Hey, Brudas. Geht. Look at him. He's stuck. I want to pull him out. Ich sage aber auch so, wie es ist. Ich sage auch so, wie es ist. Das ist einfach schwerer. Das ist viel schwerer, wenn du sagst, du lachst. Ich wüsste, wie ich meine. Digga, wie der Kopf da abfliegt. Digga. Digga. Die Typen da am Kran. Was haben die für ein Nasenblut? Wenn die sehen, wenn die sehen, dass der Kopf da abfliegt. Digga, man den kracht so sehr. Was denken die nicht so, wenn der Kopf da abfliegt? Ist der gleiche Clip. Geil. Ich muss nur den nur mal kurz angucken. Einmal. Den hier. Digga. Okay. Geil. 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 Der Typ, der das filmt, ne? Der scheißt einfach auf alles. Der scheißt einfach auf alles. Digga, ist der respektlos. Er sieht es ganz genau. Er weiß, was passieren wird. Er weiß es. Aber er lässt es einfach zu. Er lässt es einfach passieren. Für die Klicks. Was? Was? Oh. Oha. Fuck! Wie hat das leid? Digga. Gehfehler. Digga, ist das Respekt? Scheiße. Gehfehler. Ey, ey, ey. Ist mein Arsch kein Englisch. Die Katze. Was willst du sagen? Ich werde dich in einem Moment nennen. Gehfehler. Ja. Das Handy, Digga. Das Geist ist krank. Der hat aber kein Display. Bruder, ich kann das hier nicht mehr. Was ist das für ein Trojaner Video, eh? Kurz davor. Oh mein Gott. Fuck! Digga, das ist so gut. Das ist so gut. Scheiße, ich kann das nicht. Über zwei Minuten muss ich kack komplett ab. Scheiße. Minus 15 Subs. Der Stream hier ist Minus Geschäft, sag ich. Digga, wie die Masse da runterfällt. Aber solche, das sind solche Kinderspiele, ähm, paradiesemäßig, ne? Damals sehr gefeiert, sowas. Ja, damals auch eins hier in uns in der Nähe. Das hieß irgendwie, äh, Dinoland oder so. Da waren wir immer zu Geburtstagen. Sehr geil. Was? Das war close. Das war close. Was? Come on. Was? Was? Das ist Trojaner Video, ich kenne das hier nicht mehr. Ich kenne das nicht mehr. 25 Subs, der Stag ist over. Das Stream ist wirklich das Minus Geschäft, das Stream hier. Das Stream ist ein perfektes Minus Geschäft. Es ist halt, wenn du dir sagst, nicht lachen, dann ist alles nochmal lustiger. Ich hätte sonst nicht so oft gelacht, glaube ich. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Hm. 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 Scheiße. Deswegen keine Reactions mehr, sag ich. Das hier ist der Grund. 30 Subs im Minus. Wenn ich das öfter mache, bin ich einfach überhaupt da los, Digga. Oh mein Gott, es ist Super Mario. Super Mario. Nein. Ich will nicht mehr, Digga. 35 Subs, der erste Mal, wo ich Geist krank, ne? Es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Komplett hängen geblieben ist das. Es ist komplett crazy. Es ist komplett crazy. Vier Minuten, Digga. 35 Subs. Super Mario, ok. Super Mario, ok. Okay... Ich komm' ein bisschen runter gerade. Ich hab' den Clip gar nicht verstanden. Noch mal angucken, das ist doch nicht ein falscher Call. Und wenn ich irgendwas übersehen habe, was lustig ist... Okay, scheiße, lass' mir laufen. Was für eine Lachehilfe. Boah, der Beat. Ich liebe den. Ah, Bruder, muss ich nicht. Ich muss mich von hier runterkommen. Ich bin nur, wie, multitasking. Ich bin nur, wie, überraschend zu denken. Aber was, wenn es ein... Du Nuttensohn! Digga, bist du ein Bastard? Ach, Digga, ist das ein Fixer? Wie er da reinmastet, Digga, ich kann das nicht, Digga. Wie er da reinmastet. Ist das respektlos? Ist das respektlos, ne? Ist das der respektlose Scheiße? Ist das der respektlose Scheiße? Ne, der ist sehr relevant dafür. 40 Subs, es kracht dir. Es kracht dir. Ein Clip zählt nur einmal, ne? Also wenn ich bei einem Clip zweimal lache, ist es, äh, ja, 5 Subs nur. Oh, ne, ja. Ja, also das wird nicht mehr 40 bleiben, Chat. Ne, ne, ich schwöre, das war letztes Mal, was wir das gemacht haben. Das erste, letzte Mal wieder. Das, Digga, das erste Mal seit... Das erste Mal seit bestimmt noch halbem Jahr oder seit... Ach, Digga. Warum lachst du, Digga? Weil ich nicht lachen darf. Wenn ich mir sonst so ein Video angucke, am Handy oder so abends im Bett, Digga, ich lach da wahrscheinlich nicht einmal. Na, vielleicht, na gut. Na gut, vielleicht zweimal oder so. Aber jetzt, äh, 45 Subs ist halt komplett crazy. Das ist halt komplett dumm. Das hat mein Dad oft gemacht, in den Restaurants damals, als er noch jünger war. Er hat immer in den Restaurants, und so hat er die Salzstreuer und die Pfefferstreuer aufgedreht und dann stehen lassen, bodenlos. Das war's. You know what I mean? Hey! What's the big idea? Das war's. Ach, so ein Rad. Er hat da ein Rad. Er hat da ein Rad. Kann das nicht. Er hat da ein Rad. Ja, also was ich dazu sagen muss, wenn ich ehrlich sein soll, fand ich ziemlich unlustig, das Video. Ziemlich beschissene Einsendungen und ziemlich unlustig. Sag ich. Nicht lachen Challenge? Bei Unusual Memes? Da werde ich nicht lachen. Sag ich.